Hallo, mein Name ist Tobias Jakobs, ich bin Instrumentenmacher im Bläserstudio in Koblenz und wir widmen uns heute der Pflege der Perennäe-Instrumente. Perennäe-Instrumente oder auch Pumpventil-Instrumente haben Ventile, die man so oben mit dem Finger bedient und ich habe beispielhaft jetzt mal die Trompete gewählt, weil die schön handlich ist und ich viele Sachen zeigen kann, die natürlich auch für die tieferen Perennäe-Instrumente wie Euphonium oder Tuber auch gelten. Zunächst einmal muss man wissen, dass es sich hierbei um ein lackiertes Instrument handelt, das heißt die Oberfläche ist hochglanzpoliert und danach mit einem Klarlack versehen. Solche Instrumente sind empfindlich gegen Handschweiß und gegen Untertauchen in Wasser, das sollte man möglichst vermeiden. Alternativ gibt es ja die Oberflächen auch bei den Instrumenten, ähnlich wie bei dem Mundstück, versilbert, also gar war nicht versilbert. Diese Oberflächen sind deutlich resistenter und vertragen natürlich dann auch entsprechend mit warmem Wasser behandelt zu werden. An den Ventilzügen, von denen wir immer einen mehr als Ventile haben, das heißt bei drei Ventilen finden wir insgesamt vier Ventilzüge an der Trompete, sieht man was Messing macht oder wie Messing aussieht, wenn es nicht lackiert ist oder überlackiert ist, das heißt wir haben eine etwas stumpfere, gelbliche Oberfläche, das kann sogar zum Teil bis ins bräunlich-schwarze gehen, wenn dieses Messing mit einer Patina oxidiert ist. Dagegen hilft dann Unipol, man nimmt sich einfach ein Stück altes Bettzeug und reibt das dann entsprechend mit einer Metallpolitur wieder in diesen Zustand, dass es schön blank ist, weil dann kann der Zug auch entsprechend gut hin und her rutschen. Zum Pflegen der Züge nehmen wir Slide-Gel, das heißt das ist ein synthetisches Zugfett, welches wir auf die Zugfläche auftragen und dann in den Innenzug gleichmäßig verteilen, solange bis man quasi kein Kratzgeräusch mehr hört. Und dieses Slide-Gel verhindert zum einen, dass der Luftsauerstoff eine Patina auf dem Messing bildet, zum Zweiten sorgt es natürlich auch dafür, dass die Züge sauber in den Innenzügen dann entsprechend hin und her rutschen können. Analog dazu den ersten und zweiten Ventilzug zu behandeln und eine Besonderheit gibt es gerade bei der Trompete für die sogenannten getrickerten Züge. Hier habe ich einen Zug, den ich quasi während dem Spielen auch mit dem Finger bedienen können muss und dafür nehme ich entsprechend entweder ein etwas dünneres Slide-Gel oder ich mische Slide-Gel für die Stimmzüge mit Perinée-Öl, also mit dem Walföl, was wir jetzt gleich auch für die Ventile einsetzen werden. Dann kommen wir auch schon direkt zu den Ventilen. Die Ventile, wie gesagt Perinée-Ventile, sehen, wenn man sie ausbaut, so aus. Wir haben verschiedene Versperrungen, Bohrungen quasi durch das Ventil, die die Luft umleiten und wir haben hier eine innenliegende Feder, die mit einer Kunststoffführung rauf und runter bewegt hat, der sogenannten Kreuzelführung. Da sollte ich mir als erstes mal angucken, wie der Zustand meines Filzes ist. Einfach nur eine Sichtkontrolle, ist der Filz flauschig und dick und ist das alles in Ordnung? Wenn er ganz platt gedrückt und schon grünlich ist, dann sollte man ihn tunlichst vielleicht mal auswechseln. Dasselbe gilt für den oberen Filz, weil diese beiden Filze die Position des Ventiles ja auch begrenzen. Ich nehme die Ventile raus und öle zunächst großzügig die Ventilfläche. Überschüssiges Öl tropft einfach nach unten, das ist erstmal nicht schlimm. Mit der Zeit findet man die Dosierung dann auch ganz gut raus. Wichtig ist, dass ich dieses Öl nach jedem Spielen mache, weil nach dem Spielen der Speichelanteil, der Kondenswasseranteil im Instrument deutlich höher ist. Sollte ich das Ventil nach dem Spielen einölen, weil das Öl auf den Ventilen natürlich dafür sorgt, dass entsprechend nichts auf der Ventilfläche auftrocknen kann. Dementsprechend die Empfehlung, nach jedem Spielen Ventile ölen. Setze dann das Ventil wieder ein, sodass mich die Ziffer anzieht. Das ist bei den meisten Herstellern so, dass da die Ziffern auch schon draufstehen. Und dann kann ich hier oben einfach diese Schraubgewinne schließen. Diese Schraubgewinne hakeln hier und da schon mal, weil sie natürlich relativ wenig Gänge haben. Da gibt es einen Trick. Man hält das Ventil gedrückt, schraubt in umgekehrter Reihenfolge, quasi als wenn man es aufschrauben würde, bis zu einem Klackpunkt. Und dann lässt sich der Deckel ganz leicht zuschrauben. Grundsätzlich gilt für alle Gewinde, Züge, Klappen, dass alles, was nicht leicht geht, geht auch nicht mit Kraft, weil Messing dazu neigt sich quasi miteinander auch zu verfressen. Und wenn man da dann anfängt und mit einer Zange oder sonst irgendwie was dran geht, wird man mehr beschädigen als gut machen. Vieles von dem Abrieb der Ventile sammelt sich auch unten in den sogenannten Ventilkappen. Da ist es auch zu empfehlen, dass man die hin und wieder einfach mit einem weichen Lappen unten auswischt und entsprechend da den Abrieb und das überschüssige Öl entfernt und dann die Kappen einfach wieder aufsetzt. Das Durchwischen des Mundrohrs schauen wir uns jetzt mal an einem anderen Pyrenä-Instrument an, und zwar dem Euphonium. Beim Euphonium ist es ein bisschen speziell. Hier verläuft das Mundrohr anders als bei der Trompete, nicht zu einem Stimmzug hin, den wir entfernen können und dann entsprechend mit dem Wischer geradeaus in das Mundrohr reinkommen, sondern bei den meisten Modellen, beim Euphonium, ist es so, dass man über das erste Ventil in das Mundrohr reinwischen kann. Also erfordert ist, dass ich das Ventil entsprechend ausbaue und dann mit dem Wischer den Eingang des Mundrohrs im Ventil suche und dann entsprechend den Wischer durch das Mundrohr durchschiebe, sodass die Kugel dann hier vorne wieder rauskommt und ich den Wischer durchziehen kann. Natürlich unser Sicherheitstuch nicht vergessen, damit die Umgebung nicht auch noch den Schmutz abbekommt. Ja, zu guter Letzt geht es dann an die Oberfläche des Instrumentes. Das Instrument ist ein lackiertes Instrument, das heißt, ich nehme ein Lackpflegemittel, sprühe das Instrument großflächig mit diesem Lackpflegemittel ein und reinige dann entsprechend mit einem Mikrofasertuch die Oberfläche von Fingerabdrücken, Schmutz und Wasserflecken. Beim Abwischen des Instrumentes fühle ich auch sehr genau, ob ich irgendwo eine kleine Beule oder eine Delle mir zugezogen habe oder größere Kratzer. Das kann man beim Abwischen des Instrumentes viel besser fühlen, als man es tatsächlich auf so einer spiegelnden Oberfläche sieht. Wenn sowas dann vorgekommen ist, der örtliche Instrumentenmacher wird dann mit Sicherheit gut weiterhelfen können. Denn viele der Beulen sind tatsächlich auch dann spieleigenschaftentscheidend. Das heißt, wirklich jede Beule begutachten lassen, gucken lassen, ist das was, was man lassen kann oder ist das was, was besser raus sollte, weil man dann entsprechend leichteres Spiel mit der Trompete hat. Ein Satz noch zu den Wasserklappenkorken. Es gibt unterschiedliche Systeme der Wasserklappen. Wartungsfreie Systeme wie das Amado-System mit einem seitlichen Kolbendrücker oder halt diese althergebrachte Form mit den Wasserklappenkorken oder zum Teil auch Kunststoffabdichtungen. So einen Wasserklappenkorken kann ich einfach sehr simpel überprüfen. Ich versuche Luft drauf zu pusten und wenn er entsprechend dicht ist, dann ist alles in Ordnung. Sollte ich regelmäßig machen, weil die auch schon mal schleichend schwinden können. Trompete geht immer schlechter, immer schlechter. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Und schlussendlich war es der Wasserklappenkork. Es gibt im Übrigen drei mögliche Aufbewahrungsorte, an denen sich das Instrument befinden kann. Das ist zum einen natürlich in der Hand und es wird gespielt. Der zweite Aufbewahrungsort ist auf einem dafür geeigneten Instrumentenständer. Und der dritte ist im Etui. Das Etui ist dann unbedingt sofort zu verschließen, damit wir keine Schäden durch herauspurzelnde Instrumente beheben müssen. Bei allen weiteren Fragen rund um die Pflege eures Pyrenä-Instrumentes wendet euch an den örtlichen Instrumentenmacher. Oder besucht uns einfach hier in unserer Werkstatt im Bläserstudio Koblenz. Alle eingesetzten Pflegemittel finden Sie auch in unserem Online-Shop.